Heute ist Samstag und das heißt heute beginnt endlich, möchte ich sagen, das Schachfestival in Biel, auf das ich mich seit Wochen freue. Und ich nehme an, der eine oder andere von euch auch, oder die eine oder andere, denn da ist ja angeführt von Vincent Keimer eine große deutsche Delegation im Staat, die wir in den nächsten fast zwei Wochen hier begleiten werden. Alex Donchenko ist noch im B-Turnier und dann haben wir da die offenen Turniere, in der einige der größten Talente des deutschen Schachs spielen werden. Also da gibt es sicher täglich Schachfutter. Das beißt sich mit einer anderen Veranstaltung, das Schachfestival in Biel, nämlich mit der Champions Chess Tour, deren nächstes Event vor der Tür steht. Und aus dem Qualifikationszyklus dafür sehen wir heute eine Partie. Das gibt ja Qualifikationsturniere, aus denen qualifizieren sich dann Leute für das sogenannte Play-In. Im Play-In sind alle Großmeister vorbereitet, da zu spielen. Und aus den Play-Ins dann wiederum gehen dann die eigentlichen Teilnehmer der drei Divisionen der Champions Chess Tour hervor. Also das ist sozusagen die Vor-Vorstufe, die wir heute sehen. Und daran war unter anderem der deutsche Nachwuchsspieler Ruben Gideon Kölner beteiligt. Und für den sah das im dritten Qualifikationsturnier auch sehr, sehr gut aus. Der war in der letzten Runde vorne dabei, allerdings ebenso wie der argentinische Wunderknabe Faustino Oro. Und dann hieß es mal wieder, es kann nur einen geben. Die beiden trafen in der letzten Runde aufeinander. Und wer gewinnt, der kommt ins Play-In für die Champions Chess Tour. Das ist genau die Partie, die wir heute sehen. Aber vorher, du kennst das, bist du dran. Heute testen wir mal dein Schachgefühl. Dein Gespür dafür, was zu tun ist. Wenn das ein bisschen ausgeprägt ist und du ein Gefühl für Schach hast, dann haust du hier nämlich mit Schwarz am Zug ganz schnell den richtigen Zug raus und spürst, wie es weitergehen sollte. Schwarz ist ja ganz gut aufgebaut und wir ahnen schon hier so mit dem Turm auf der sechsten Reihe, auf G6, dass Schwarz schon Kräfte gegen den weißen König in Stellung gebracht hat. Und wahrscheinlich versuchen wird, am Königsflügel was zu inszenieren. Und die Frage, die ich euch jetzt stellen möchte, bevor wir uns die ganze Partie angucken, ist, wie geht es denn hier weiter für Schwarz? Schwarz am Zug, welchen Zug schütteln wir hier aus dem Ärmel? Der kleine Schachgefühl-Test für dich. Und du kannst das Video anhalten, du kannst auch direkt ins Kapitel Die Partie springen. Du kannst aber auch noch ein bisschen zuhören, wie ich über Ruben Gideon Kölner und Frastino Oro erzähle. Ruben Gideon Kölner, auch einer so aus der zweiten, dritten Reihe der großen deutschen Talente. Er steht nie so im Rampenlicht, kämpft noch darum, den Großmeistertitel zu bekommen. Ich nehme auch an, der wird das irgendwann schaffen. Aber steht immer so ein bisschen im Schatten von einigen anderen Leuten, die wohl noch begabter sind, möchte ich fast sagen, ohne ihm zu nahe treten zu wollen. Der ist natürlich riesig stark mit 2,446 und auch auf GM-Kurs. Und versucht jetzt in die Champions-Chess-Tour zu kommen, um sich damit den ganz Großen des Schachs zu messen. Mehr im Gespräch ist Faustino Oro. Da haben wir neulich gelernt, dass in Argentinien jetzt die Faustino-Mania ausgebrochen ist, als Faustino Oro an einem Tag zweimal die Caro Nakamura besiegt hat. Im Glitzpartien natürlich nur, das relativiert das ein bisschen. Aber trotzdem, das ist schon toll. Er hat ja auch schon Magnus Carlsson auf der Liste seiner Opfer, gegen den hat er mal eine Bullet-Partie gewonnen. Vor allem hat Faustino neulich Schlagzeilen gemacht, als er mit zehn internationaler Meister geworden ist. Der jüngste internationale Meister jemals. Und er ist auch schon voll auf Schach programmiert und hat da auch richtig Bock drauf, weil das ist kein so ein gezüchtetes Wunderkind. Ich habe jetzt neulich noch gelesen, jede Woche macht er 55 Stunden Schach. Eigentlich nur 35 mit seinen fünf Trainern, die ihm gestellt worden sind von einer Gruppe Geschäftsleuten. aus Argentinien. Aber dann macht er halt auch noch 20 Stunden für sich, weil er halt so Lust drauf hat und blitzt und streamt. Und da kann man ihm dann auch immer zuschauen. Und bei der Gelegenheit hat er dann neulich auch die Caro Nakamura besiegt. Ich habe über Faustino Oro was geschrieben und längst, das packe ich euch in die Kommentare. Wenn ihr über den Wunderknaben ein wenig was wissen wollt, das könnt ihr da lesen. Ja und nun saßen diese beiden in der letzten Runde einander gegenüber. Und wer gewinnt, kommt eine Runde weiter in der Champions Chess Tour. Und dieses Duell gucken wir uns jetzt an. Wenn du dir noch ein bisschen überlegen möchtest, wie du denn hier mit Schwarz fortsetzen würdest, wie du denn dein Spiel gegen den Weißen König verstärkst, dann halt das Video bitte jetzt an. Denn ich springe an den Anfang der Partie. Und dann kommen wir auch relativ schnell an diese Stelle. Faustino begann mit E4. Umgehen hier und Kölner spielt E5. Springer F3, Springer C6, Läufer B5, Läufer C5. 0,0, Springer D4. Das ist jetzt so eine Art Bird-Verteidigung. Eigentlich die Bird-Verteidigung ist an dieser Stelle schon Springer D4. Was ja sozusagen ein Eröffnungsprinzip verletzt. Eine schon entwickelte Figur wollen wir nicht zweimal ziehen, bevor wir nicht alle anderen Sachen entwickelt haben. Das ist so ein Prinzip, das eigentlich jedes Schachkind vom Bodensee lernt. Springer D4 mit Angriff auf den Läufer. Was noch dazu für Schwarz zu einem Doppelbauern führt. Aber Schwarz argumentiert, der ist vielleicht ganz gut, dieser Bauer, weil der ja auch den Springer B1 einengt. Einengt und so ein bisschen Raum abgreift im Zentrum. Das ist so die Idee der Bird-Verteidigung. Gilt nicht als ganz vollwertig, aber kann man mal spielen. Und was Ruben Gideon Kölner hier spielt, das ist so eine Art, weiß ich nicht, verbesserte Bird-Verteidigung, wenn man das so nennen kann. Ich weiß nicht, ob das einen Namen hat. Ich habe nur gesehen, Ruben Gideon Kölner spielt das schon seit Jahren immer mal wieder. Also das scheint so ein, vielleicht ist es so ein Kölner Spezial. Aber das haben auch schon einige starke Leute gespielt. Läufer C5 und dann Springer D4. Aber im Geiste der Bird-Verteidigung. Springer schlecht D4. Mir ist allerdings aufgefallen, dass alle starken Großmeister, die das schon gemacht haben, an dieser Stelle dann eher zu Läufer schlecht D4 greifen. Der kriegt dann natürlich sofort einen Tritt. Aber andererseits hat man ja auch hier dieses Feld C6 geräumt, sodass man sozusagen auch dem weißen Läufer einen Tritt geben kann. Insofern würde ich das nicht direkt als Tempoverlust einordnen. Dann spielt man hier C6 und so weiter und so weiter. Das ist eine Stellung, die es schon häufig gegeben hat. Also Läufer D4 ist hier irgendwie so Grandmaster's Choice. E-Schlecht D ist aber auch möglich. Und das ist dann der Kölner Spezial. All das spielt er dann offenbar immer in dieser Variante, soweit ich das anhand der Datenbanken gesehen habe. E-Schlecht D. Wieder im Geiste der Bird-Verteidigung, der D4 schränkt die weißen Leute ein bisschen ein. Insbesondere den Springer, dem sein natürliches Entwicklungsfeld verbaut ist. Andererseits hat man halt diesen Doppelbauern. Und hier kommt noch dazu der Läufer C5. So richtig aktiv steht der eher nicht, weil der guckt ja gegen seinen Bauern. Naja, ein D3. Schwarz macht gleich sehr richtig C6, was zwei Ziele verfolgt. Erstmal geben wir dem hier einen Tritt. Der muss ziehen. Und C6 bereitet auch schon D5 vor. Der Läufer zieht. Er könnte auch nach A4 gehen. Denn auf D5 kriegt er gleich einen Tritt. D5 auch ganz interessant. Denn Schwarz nimmt sich jetzt sehenden Auges hier diesen isolierten Doppelbauern. Und sagt aber, ja, dafür schränke ich den weißen Läufer etwas ein. Dafür habe ich hier Raum und viele Felder. Und vielleicht habe ich hier auch mal ein Ziel auf der halboffenen C-Linie. Das ist so das, was Schwarz dafür bekommt. Und insofern nimmt er diesen strukturellen Malus gerne in Kauf. Faustino gibt erstmal einen Schach. Springer E7. Und zieht dann seinen Läufer nach B3. Das ist vielleicht nicht ganz präzise. Ich finde das verständlich. Denn Weiß sagt ja hier, das ist jetzt mein Ziel. Auf den gucke ich drauf. Und den nehme ich aufs Korn. Und insofern ist mein Läufer B3 da genau richtig aufgestellt. Aber man kann vielleicht argumentieren, dass der D5 stabil ist. Und dann ist der Läufer B3 eher passiv. Und es wäre für Weiß eher angezeigt, den seidenbeißfälligen Läufer gegen den schwarzfälligen Läufer zu tauschen. Und zwar so, wie man hier Läufer B5 spielt. Dann hat Schwarz ja, ich meine man will nicht mit dem König wegziehen und die Rochade aufgeben. Dann hat Schwarz dann keine andere Möglichkeit, den Läufer zu tauschen. Und dann bist du halt diesen potenziell eingeengten Läufer am Damenflügel los. Und hast den sehr aktiven weißfälligen Läufer von schwarz vom Brett getauscht. Wahrscheinlich ist das ein bisschen günstiger. Aber schwierige Entscheidung. Ich wüsste auch nicht, wenn ich hier vorsäße. Also es ist jetzt so im Nachhinein und Computerhilfe leicht zu sagen, dass Läufer B5 wahrscheinlich ein bisschen präziser ist. Ich finde Läufer B3 auch gut verständlich. Und die Maschine schilt das auch nicht oder so. Wir sind hier im marginalen Bereich. Läufer B3. So, jetzt wird es erstmal Zeit, den König von der offenen E-Linie zu fahren. Und das ist tatsächlich eine Stellung, die Ruben vor fünf Jahren schon mal auf dem Brett hatte beim Open in Münster. Da spielte sein Gegner C4, was ein guter Zug ist. Was Faustino hier spielt, ist auch ein guter Zug. Entwickelt eine Figur. Springer D2. Aber da sehen wir schon, dass diese vereinzelten Doppelbauern nicht nur Schwächlinge sind, sondern die beherrschen halt Felder. Und der Springer konnte nicht nach C3. Und auch hier kann er nicht richtig springen. Das engt Weiß schon spürbar ein. Also Schach ist ein Geben und Neh. Man hat ein strukturelles Defizit, aber man bekommt ein bisschen was dafür. Diese ist eine Stellung, die hätte ich euch auch mit der gleichen Ansage zeigen können am Anfang der Partie. Nämlich, wie kommt denn Schwarz jetzt weiter und der nächste schwarze Zug ist sehr, sehr lehrreich. Denn der ist in diesem Stellungstyp thematisch. Aber wenn man ihn nicht kennt, dann ist der so einer Achtung, Ausbildung sozusagen. A5. A5 dient erstmal diesem Ziel. A4 und der Läufer hat keine Felder mehr. Insofern, dieses Phänomen des eingeengten Läufers am Damenflügel, das adressiert der sofort. Der hat aber noch einen zweiten Plan, dieser Zug A5. Es geht nicht nur gegen den Läufer, sondern es macht auch eigenen Leuten Raum. Denn wenn wir mal gucken wollen, hier ist eine Reihe offen. Und wenn Reihen offen sind, dann liegen Turmschwenks in der Luft. Und eben einen solchen bereitet Ruben mit A5 vor, will gerne Turm A6 spielen und den dann hier rüberfahren. Und der hat ja auch noch diese wunderbaren weißfeldrigen Läufer, den weiß nicht abgetauscht hat und damit dann Spiel gegen den weißen König inszenieren. Also einmal den Läufer zu Leibe rücken und den eigenen Turm freimachen. Zwei fliegen, eine Klappe. A4. Ja. Der nächste schwarze Zug ist nicht so schwierig. Aber tatsächlich hatte Großmeister Vitali Czeskowski vor fast 40 Jahren diese Stellung auch schon mal auf dem Brett. Und er hat Erstläufer B4 gespielt gegen Vichy Arnand mit weiß. Der ganz junge Vichy Arnand. Um erstmal hier so Fragen zu stellen, womöglich auch diesen eigenen eingezwängten Läufer loszuwerden. Und dieses Turm A6-Manöver hat dann der Czeskowski später gespielt. Das läuft einem ja nicht weg. So ging er das auch. Ruben spielt das direkter. Er macht sofort Turm A6. Und klar mit der Idee, den rüberzufahren. Und dieser Springer D2, der begibt sich jetzt auf Felder Suche. Irgendwo muss der halt hin. Und dieser Doppelbauer nimmt ihm halt die Felder, die er gerne betreten würde. Insofern schaut er sich jetzt am Königsflügel um, ob er da irgendwas Schönes findet, auf das sich mal springen lässt. Springer F1. Turm G6. Da steht er schon. Und guckt den weißen König an. Läufer F4 entwickelt sich weiter. Läufer G4. Da kommt er raus mit Angriff auf die Dame. Die begibt sich nach C1. Dame D7. Auch ein schöner, flexibler Zug. Macht die Dame ein bisschen aktiver. Und hier die letzte schwarze Figur hätte jetzt auch eine Möglichkeit, in die Partie zu kommen. Sehr schön harmonisch aufgestellt. Und jetzt stehen wir halt vor der Frage, so, wie geht es denn jetzt weiter? Und ja, ich glaube, der nächste Zug, das ist einer, den würde wahrscheinlich sogar ich im Blitz aus dem Ärmel schütteln. Zumal ich ja immer schon in diese Richtung gucke. Und dir Gratulation, wenn auch du an dieser Stelle H5 spielen wolltest. Was natürlich genau richtig ist. Und was auch schon mit einer konkreten Drohung daherkommt. Genauso wie, wenn wir zwei lehrreiche Randbauanzüge in dieser Partie. A5 und jetzt H5. Beide sehr, sehr gut. H5 und schwarze ist jetzt doch am Drücker. Es droht was. Es droht H4. Und dann muss der Springer ziehen. Also machen wir mal irgendwie, tun wir mal so, als würde nichts passieren. Als wäre schwarz nochmal dran. Ich versuche mal einen Nullzug zu machen. Machen wir hier so einen Zug, der gar keinen Sinn ergibt. Nur zweite Anschauung halber. Dann sehen wir die schwarze Drohung. H4. Die G-Linie versperrt auch dem H-Bauern den Weg nach vorne. Und Ruben sagt ja, der soll da aber nicht weiterstehen. Er spielt erstmal F6. Und wenn man jetzt weiter dieses H4 verhindern will, dann muss man sich halt mit diesem Läufer schon ins Abseits begeben. Und es wird langsam haarig für weiß. Denn der Kollege, der hat kein Feld. Und der steht da ungedeckt. Wie kommen wir jetzt an den Ramm? Ruben versucht das ein bisschen zu direkt. Spielt hier Turm H6. Das ist nicht der beste Zug. Man könnte denken, ja, aber droht denn jetzt nicht G5 einfach und nein und mit Einfangen des Läufers? Nein, das droht nicht. Weil man ja nie G, H spielen kann. Denn G5 ist der Turm nicht mehr gedeckt. Weil die Dame guckt dann da drauf. Eine Idee, die er hier eher hat, ist vielleicht Sprenger G6 zu spielen. Und sich dann über den Läufer herzumachen. So, dass Weiß alle mal an dieser Stelle reagieren muss. Aber er hat natürlich seinen Turm jetzt auch von der G-Linie gefahren. Was nicht nur positiv ist hinsichtlich Spiels gegen den Weißen König. Er will sich jetzt halt gerne diesen Läufer abholen. Aber wenn Weiß jetzt an dieser Stelle ja H3 macht, das ist nicht so gut. Wenn Weiß hier F3 spielt, dann geht's für Weiß. Das ist dann immer noch nicht schön. Aber die Schwarzen bleiben harmonischer aufgestellt. Und man möchte das lieber mit Weiß spielen. Aber es geht hier nichts verloren. Der Springer macht dem Läufer in ein Duftloch. Der kann sich dann bei Bedarf mal nach F2 zurückzuziehen. Und bei Weiß hält's so halbwegs zusammen. Faustino entscheidet sich für H3. Das ist nicht ganz so toll. Auch mit natürlich dem Gedanken, ich muss hier konkret was machen, sonst holt er mir meinen Läufer ab und begegnet das mit einem Angriff auf den weißen Läufer. Aber H3 gibt Weiß halt auch eine Marke. Diese beiden stehen hier schon bereit, da mal rein zu prügeln. Erstmal geht der Läufer zurück und er spielt Faustino F4. Und das ist nun wirklich nicht gut. Das können wir jetzt mal als Fehlerbrandmarken. F4 will halt solche G5-Geschichten verhindern. Und hat sich auch überlegt, wenn Springer G6 kommt, dann ist das nicht so gut. Weil dann kann man zum Beispiel F5 versuchen mit Gabel. Das ist so die Idee. Aber trotzdem ist F4 nicht gut, denn jetzt schlägt's ein. Bäm! Läufer H3. Gut gesehen von Ruben. War jetzt keine Raketenwissenschaft, aber trotzdem schön gesehen. Denn es ist nicht wirklich ein Opfer, sondern es gewinnt jetzt Material. Läufer H3, G schlecht H, Dame schlecht H3. Und hier hat Weiß ein Problem. Das auch nicht so richtig zu lösen ist. Faustino entscheidet sich jetzt, und das ist auch der relativ beste Zug, für einen Gegenopfer sozusagen. Turm E7. Er hat halt diesen erspäht und will halt diesen ausgesperrten Läufer endlich aktiv machen. Gibt dafür die Qualität auf E7. Läufer D5. König H8. König H8 ist auch ein bisschen ungenau, aber das ist ein ganz schwieriger Zug zu sehen. Wer würde hier nicht König H8 spielen? Aber tatsächlich ist König H7 hier etwas genauer. Wir werden gleich im Laufe der Partie sehen, warum das so ist. König H8. Okay, Läufer G2. Das war die taktische Idee von Faustino, denn er kriegt die Quale zurück. Läufer G2. Greift die Dame an, um dann Springer H5 zu spielen. Mit Gabel. Und wir sehen jetzt, warum König H7 etwas genauer war. Denn die angegriffene Dame zieht. Faustino nimmt auf H6 raus. Und würde jetzt der König auf H7 stehen, dann könnte man den mit dem König nehmen, den Springer. Und es würde nicht die schwarze Bauernstellung zerdeppern. Hier muss er mit dem Bauern zurücknehmen. Und diese drei sind natürlich ein bisschen unglücklich. Die sind isoliert und alleine. Und hier hätte ich noch ein bisschen Hoffnung für Weiß. Ungleichfarbige Läufer. Die sind ja eigentlich Remiefaktoren. Aber die sind auch ein großer Helfer für denjenigen, der Angriff hat. Und darum geht es in dieser Stellung. Wenn jetzt Faustino das in irgendeinem Endspiel, in dem nicht viel los ist, abmoderieren kann, dann hat er mit seinen ungleichfarbigen Läufern wahrscheinlich Remiechancen. Wenn jetzt aber Schwarz es schafft, Angriff zu organisieren, dann helfen ihm die ungleichfarbigen Läufer. Weil dann kann Schwarz halt auf den schwarzen Feldern was machen. Und diese schwarzen Felder kann Weiß nicht richtig verteidigen. Insofern kriegt Schwarz Angriff, ist hier die Grächenfrage. Dabei F1, Turm G8. Und Ruben macht sich sogleich daran, die zu beantworten. Fährt erstmal hier seine Geschütze auf. Und aktiviert dann den Läufer. Und ich denke, die Frage, kriegt er Angriff oder nicht, ist jetzt beantwortet. Kriegt er. Der hängt. Und alle drei schwarzen Figuren sind schon wieder gegen den Weißen König aufgestellt. Und vor allen Dingen der doppelt angegriffene Bauer F4 lässt sich nicht decken. Denn nach Turm F1 nehmen wir den trotzdem weg. Dame schlecht F4 wäre nicht so richtig gut, weil dann ist ja Dame schlecht G2 matt. Insofern Dame F3. Faustino sieht, okay, oje, oje, der hat Angriff gekriegt. Aber ich habe ja noch ungleichfarbige Läufer. Jetzt will ich mal gerne ins Endspiel gehen und biete den guten Ruben Damentausch an. Ruben stabilisiert und sagt, ja, wenn du die Damen tauschen willst, dann tausch aber bitte du. Wir machen das dann zu meinen Bedingungen. Und ja, hier ist es für Weiß natürlich sehr, sehr schwierig, einen Zug zu finden. Also die Idee, jetzt hier seinerseits einen Bauern abzuholen, die funktioniert überhaupt nicht, weil da kommt sehr stark H4 und es droht schon H3. Und da kannst du auch nicht so richtig was gegen machen. Wenn du jetzt aus der Festlung rausgehst, dann wirst du einfach matt gesetzt. Und wenn du Dame F3 versuchst, dann kommt trotzdem H3. Und hier ist was weg. Und Schwarz gewinnt. Und insofern schwierig für Weiß hier einen Zug zu finden. Faustino entscheidet sich für Dame G4. Ich habe dem hier dann ein Fragezeichen gegeben. Es ist vielleicht ein bisschen harsch von mir. Aber damit geht er jetzt halt sozusagen in ein verlorenes Endspiel. Er hat jetzt also sein Endspiel erreicht und hat den schwarzen Angriff vom Brett genommen. Aber halt dafür ist die schwarze Struktur wieder repariert. Und jetzt hat Schwarz hier drei Freibauern. Und das sollte dann doch die Partie entscheiden. Und das ist jetzt eine gewonnene Stellung für Schwarz. Eine D-Weiß natürlich noch ein bisschen versucht zu verteidigen. Er dachte, jetzt nehme ich halt den B7 raus. Aber diese 4 gegen 2, die sind halt gehemmt. Also Bird wird im Grabe jetzt juchzen, weil sein D4-Bauer ergibt jetzt richtig viel Sinn. Denn der Hemd, die weiße Majorität am Damenflügel, während am Königsflügel halt Schwarz drei Freibauern hat, die einfach losrennen. König G7. B4-D5. Turm B8. B3. Noch dazu ist dies auch ein Problemkind mittlerweile. Denn wenn mein Turm auf der C-Linie auftaucht, dann steht er dauerhaft unter Druck und kann sich nicht bewegen. B3-H5. Ruben lässt seine Leute laufen. Läufer E6. König G6. König G2. Turm E8. Einmal den Läufer angreifen. Nochmal den Läufer angreifen. Turm C7. Schachgebot. König G5. Und ich glaube, das ist der letzte Zug der Partie. Denn natürlich kann man den C2 decken mit Turm F2 oder so. Aber, ne, damn. Und dann, damn, damn. Die laufen halt einfach. Und da kannst du dann nichts machen. Und im Notfall steht ja noch ein Dritter, der auch noch helfen kann. Das ist platt. Und insofern wollte Faustino sich das nicht mehr zeigen lassen. Und gab sich geschlagen. Und damit werden wir Ruben, Gideon, Kölner im nächsten Play-In zur Champions-Chess-Tour sehen. Das ja fast ausschließlich mit Großmeistern besetzt ist. Plus eben die Sieger der Qualifikationsturniere. Ruben, Gideon, Kölner ist einer von denen. Herzlichen Glückwunsch. Und ich nehme nicht an, dass er sich für die Champions-Chess-Tour qualifiziert. Dann für die Endrunden. Das wäre eine Sensation. Aber es ist natürlich eine tolle Sache. Weil in diesen Play-Ins kriegst du eine Partie nach der anderen gegen sehr, sehr starke Großmeister. Insofern ist das etwas, was ihn sicher schachlich weiterbringt. Naja gut. Und ich meine, warum nicht eine Sensation? Dann machen wir hier noch ein Video. Soll er gerne machen. Also ich möchte ihn nicht davon abhalten. Ja, das soll es erstmal zur Champions-Chess-Tour, zu den Qualifikationsturnieren gewesen sein. Vielleicht gucken wir da während Biel auch einmal schnell hin. Keine Ahnung. Heute ist erstmal Biel. Und ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass wir hier morgen eine 960-Partie aus Biel sehen. Ich freue mich unheimlich drauf. Für den Moment bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ihr könnt euch natürlich auch wünschen, wen ihr gerne aus Biel sehen wollt. Unsere Delegation ist da ja sehr groß. Wünsche nehme ich in der Kommentarspalte gerne entgegen. Und ansonsten bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Und bis sehr bald auf diesem Kanal. Macht es gut. Ade. Bis dahin. Bis dahin.